Hallo zusammen und willkommen zurück. Heute wollen wir uns mit Map beschäftigen. Map ist eine wunderbare Funktion, die dazu führt, dass ihr sehr, sehr leicht Funktionen auf jedem einzelnen Element ausführen könnt. Ihr kennt natürlich schon die For Each Schleife, die fast dasselbe tut. Map ist noch ein kleines bisschen komfortabler, denn es erlaubt euch das Ganze noch ein kleines bisschen effizienter. So, wir nehmen hier erstmal PrintLine und jetzt wollen wir uns eine Liste nehmen, also die BasicList wieder mal und dort auf jedem einzelnen Element eine Funktion ausführen. Und das machen wir, indem wir hier sagen, okay, wir haben hier offensichtlich gerade, naja, wir nehmen die Map-Funktion dafür. Oder ja, im Endeffekt braucht Map allerdings eine Funktion in sich, die es dann auf jedem Element ausführen kann. Und das heißt, diese Funktion muss irgendein Integer übernehmen. Und was wir jetzt machen ist, wir schreiben uns einfach hier irgendeine Funktion, das heißt FunDoSomethingForMap. Und die braucht natürlich einen Integer, also irgendein A vom Typ Integer oder wie ihr die Variabliche nennt, ist völlig egal. Und jetzt können wir hier einfach sagen, achso, wir müssen natürlich auch noch was zurückgeben. Wir müssen hier ein Int wieder zurückgeben. Gebt ein Int zurück. Und jetzt geben wir hier einfach mal A mal A aus. Das heißt, wir sagen hier, wir quadrieren A, okay. Und in unserem Fall würde das dann folgendermaßen aussehen. Wir können hier nämlich wieder das aktuelle Element mit it ansprechen. Das ist so das Schlüsselwort bei Kotlin. Und wir sagen jetzt hier, okay, do something for Map. Und zwar mit it, mit jedem einzelnen Elementen. So, und was jetzt passiert ist folgendes. Es wird auf jedem Element, also 4, 1, 2, 0, 3 und 4, wird jeweils diese Funktion hier ausgeführt mit dem Element. Das heißt, es kommt folgendes bei raus. Eine neue Liste mit genau den quadrierten Varianten von unseren Elementen. Und einfach diese Funktion im Endeffekt für jedes Element ausgeführt, ja. Wir können jetzt auch hier irgendwie hergehen und sagen, hey, wir wollen das Ganze irgendwie, keine Ahnung, hoch 3 rechnen oder was weiß ich, was damit machen. Also wir können damit wirklich alles rechnen, was wir wollen. Und das ist auch kein Problem. Wir können sogar hier hergehen und sagen, wir wollen kein Integer mehr als Return-Wert haben, sondern wir wollen aus diesem einen Element, wollen wir mehrere Elemente generieren. Wir wollen zum Beispiel aus jedem Element die Reihe generieren, die, wenn wir es exponentieren, also quasi hoch 1, hoch 2, hoch 3, hoch 4 und so weiter und so fort. Und dazu sagen wir hier einfach, okay, das ist jetzt ab sofort eine Liste an Integern und wir geben das Ganze hier als List off. Dann haben wir erstmal 1, weil irgendwas hoch 0 ist immer 1. Dann haben wir a, dann haben wir a mal a, dann haben wir a mal a mal a, dann haben wir a mal a mal a mal a. Ja, das muss erstmal reichen. Das ist quasi jetzt so das, was wir haben wollen. Und das sieht folgendermaßen aus. Das heißt, wir haben hier 1, 4, 16, 64, 256. Das wäre quasi für 4 diese Liste gewesen. Dann haben wir hier 1, 1, 1, 1 und so weiter und so fort. Genau. Und ja, das ist im Endeffekt die Art und Weise, wie ihr Map sehr cool benutzen könnt, wenn ihr auf einem Element mehrere Dinge ausführen wollt. Achtet darauf, das Ganze liefert euch wieder eine neue Liste. Das heißt, Basic List wird nicht verändert. Das sehen wir hier dran wieder. Basic List bleibt absolut unverändert, da Listen hier in Kotlin immutable sind. Und das macht aber für Map auch durchaus Sinn. Genau. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei. Eine kleine Übung hätte ich noch für euch. Schreibt euch eine Liste. Also schreibt euch für Map eine, also eine Map-Funktion, beziehungsweise benutzt hier eine Funktion, die euch die Reihe erstellt. Das heißt, die Viererei zum Beispiel. Also 4, 8, 12, 16, 20, 24 und so weiter und so fort. Und zwar mit einem, genau, mit im Endeffekt, ja, bis 10 oder sowas. Und dann führt ihr diese Map-Funktion auf der gesamten Liste hier aus und lasst euch das mal ausgeben. Dazu gibt es jetzt keine Lösung, denn das kriegt ihr, denke ich mal, ganz gut ohne mich hin. Folgt im Endeffekt genau dieser Aufgabenstellung hier. Und ja, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.